Moin Moin Krautugianer und jetzt willkommen zu unserem neuesten Infovideo. Wir haben uns ja bei den neuen japanischen Kreuzern schon T9 und T10 angeschaut und jetzt ist es soweit, wir gucken uns T5 bis T8 mal zusammengefasst in einem Video an. Das wird jetzt nicht so super lange gehen, wir wollen uns jetzt einfach bloß mal den Start angucken, sprich da wo der Split beginnt. Wir haben ja normal, bei dem normalen Baum mit den schweren Kreuzern haben wir ja die Fukutaka, hier haben wir jetzt die Agano. Und da geht es dann weiter zur, was haben wir, die Gokase, Dragon Ball ist grüßen, dann haben wir die Omono und dann haben wir noch die Shimanto. Diese Schiffchen gucken wir uns jetzt hier im separaten Video nochmal an und da habt ihr die Möglichkeit halt zu sehen, wie sich dieser Zweig entwickelt. Ich habe auch noch eine kleine Info zu dem 9er und den 10er, das kann ich gleich mal vorweg sagen. Das ist nämlich etwas, was For Gaming hier auf dem Deathblock tatsächlich falsch hinterlegt hatte und leider erst berichtigt hatte, als ich die Video schon gemacht hatte. Wir hatten doch gerätselt, oder ich besser gesagt, mit den 150 Millimeter bei dem 9er und auch bei dem 10er. Hä? Selbst mit Trägheitszünder, wir kommen auf 31 Millimeter, was soll denn der Blödsinn? Die 32 Millimeter Beplattung, gerade bei Schlachtschiffen, die haben wir meist hier oben auf dem Deck, vorne und hinten und das ist immer so eine Möglichkeit, wirklich massiv Damage zu farmen. Und war halt nicht gegeben und ergab keinen Sinn, weil die Kleineren, die 7x6 hatten 155 und da konnten wir das halt nutzen. Also warum nicht hier? Ja, stellte sich heraus, das war ein Fehler, das wurde falsch oder hier ist die Berechnung anders. Hier haben sie eine Ausnahme gemacht bei dieser Art von Kreuzern und irgendwo haben sie es auf Reddit irgendwo gepostet und nun ja, sie durchschlagen die 32 Millimeter. Es wird einfach anders berechnet, dadurch kommen wir über 32 Millimeter und zack, schon funktioniert das Ganze. Ne, also das im Hinterkopf behalten, das war leider so bei den anderen Videos. Jetzt leider nicht von mir, also an sich korrekt ausgerechnet, davon wo Gaming leider auf dem Deathblock falsch hinterlegt. So, nochmal kurz zusammengefasst. Also, ihr wisst es ja, bei den japanischen Kreuzern Richtung Sao haben wir ja die schweren Kreuzer. Schwere Kreuzer durch das hohe Kaliber, dadurch einfach so eingestuft. Bei den kleineren, ich sag mal bei der Mogami, da haben wir die 155 sogar, die würde mit den kleinen Türmen noch als leichter Kreuzer durchgehen, mit den großen Türmen dann aber als schwerer Kreuzer. So wird das unterschieden. Daher sprechen wir jetzt hier bei den neuen Schiffen von leichten Kreuzern. So, und sie haben ja nochmal geschrieben, Mittelstrecke Schiffe, gute Feuerreichweite, Ab Stufe 8 der hohe Anzahl von Hauptbatteriegeschützen, bla bla bla. Die Grundwerte haben wir ja schon gesehen, ne, mit den Torpedos, mit dem Schaden, mit der großen Anzahl und Reichweite der Torpedos, die doch sehr interessante Hauptbatterie und, und, und. Im Hinterkopf auch behalten, die höheren Stufen hier, hat den, hier, nee, höre Stufe ja, ab T7 haben wir auch die Drehmechanik, ne, die Lenktorpedos. Sprich, dass wir einen sehr großen Torpedwinkel dann noch haben. So, nun gehen wir mal runter, die Argano. Wir gucken uns die Stadt der Argano mal an. Das finden wir hier unten irgendwo versteckt, nämlich genau hier. Argano, mal grob zusammengefasst. 25.800 Leben, dreimal 252er, 14,6 Kilometer Reichweite. Klingt alles wie so ein typisch japanischer Kreuzer. Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Reichweite ist natürlich eine Qual. Das Highlight, was wir aber hier haben auf der Stufe, die Hauptbatterie gar nicht unbedingt. Die ist ja, habt ihr auch schon bei den anderen Schiffen festgestellt, zwar interessant, aber auch nicht so, dass man sagen kann, boah, alter, der Oberhammer durch die hohe Nachladezeit. Wir haben auch hier wieder, also überhaupt, neun Sekunden Nachladezeit, was natürlich ganz schön heftig ist. Und mit dem 3x252er kommt halt nicht so viel beim Gegner an. Ne, das sind sechs Schuss, die da beim Gegner ankommen. Neun Sekunden Ladezeit, das ist nicht dolle. Was wir aber haben, sind selbst hier schon acht Torpedos im Wasser, vier pro Seite mit zwölf Kilometer Reichweite. Das ist ganz schön geil. Ich meine, die Furutaka selber auf der Stufe, die hat auch schon schöne Torps, kann man nicht anders sagen, aber zwölf Kilometer ist ein anderer Schnack als das, was wir mit der Furutaka hier haben. Geschwindigkeit 60 Knoten, Nachladezeit zwei Minuten, natürlich recht lang, aber acht Torps im Wasser mit Potenzial 21.000 Damage, das ist nett. Und warum ich diese Torps jetzt hier auch schon so nenne, zeige ich euch gleich. Sekundärbewaffnung, die ignorieren wir mal gekonnt. Flugabwehr, die ignorieren wir auch fast gekonnt. Ich gucke mal ganz kurz. Jetzt haben wir hier Dauerschaden pro Sekunde, 53 Treffer, Wahrscheinlichkeit 90 Prozent. Ja, ist total toll. Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten, Wendkastriano 690, 7,4 Ruderstellzeit. Geschwindigkeit ist sehr, sehr schön. Tarnwert 11,1. Wir können Kapitänenscale hier mitnehmen, kommen dann also auf knappe 10 Kilometer. Und damit lässt sich arbeiten. Wir haben einen Spielraum von zwei Kilometer, wo wir diese Torps rein theoretisch in Richtung Feind rauskloppen können. Wenn nicht gerade dazwischen irgendwie noch ein Zerstörer aufploppt oder was auch immer. Ist nicht so viel Spielraum wie bei den Großen. Aber wir müssen bedenken, wir fahren hier T5. Das ist jetzt hier nicht sonst wie Watt T9, T10. Da finde ich zwei Kilometer Spielraum ehrlich gesagt sehr geil. Diesen Luxus hat eine Fugutaka nicht. Und auch hier sehen wir es wieder. Die Torpedos sollen benutzt werden. Die Hauptbatterie selber gibt hier nicht genug, als dass wir hier extrem Damage farmen könnten. Daher Torpedos sollen nebenbei benutzt werden. Es muss wieder die Kombination sein aus Hauptbatterie und der Sekundärbewaffnung. Also nicht die Secondary selber, sondern der Sekundärbewaffnung wie zum Beispiel Torpedowerfer. Müssen wir hier nutzen, um dann wirklich massivs Damage zu drücken. Und ich kann mir vorstellen, in der einen oder anderen Runde kann das richtig gut laufen. Das ist im Großen und Ganzen die Argano. Hydro ist dabei, Fighter ist dabei. Hier der Flieger, der gegen die CVs angeblich irgendwas macht. Bei mir fliegt der bloß in meinem Kreis und macht exakt gar nichts. Ist immer ganz toll. Schansbegrenzungsteam natürlich auch dabei. Sonst nicht viel. Wir springen gleich auf den Sechser. Lebenstechnisch fast das Gleiche. Oh, warte mal. Panzerung. 13 Millimeter sogar bloß vier. Könnte eine Menge Overpants bedeuten. Hier geht es jetzt hoch auf 16 Millimeter. Das ist so Zerstörerniveau. Das ist ja auch... Mal gucken, wie da genau die Beplattung ist und mit der Zita wieder nachher liegt. Sehen wir halt alles noch nicht. Wir kriegen Turm mehr. Die Nachladzeit bleibt gleich. Von Stufe 5 auf Stufe 6 jetzt. Wir sind jetzt von der Argano, sind wir jetzt hoch zu Gokase. Da haben wir jetzt ein Turm mehr. 2,6. 850 Meter pro Sekunde. Das ist alles gleich. Nachladzeit ist gleich. Sieht man auch hier schon 2,0. 134. Die Genauigkeit der Geschütze ist sehr geil. Muss aber auch sein bei der geringen Schussanzahl und der hohen Nachladzeit. Torpedos. 12 Kilometer. 2 mal 4. Nachladzeit 120. Das sind nicht die gleichen. Der Damage geht runter. 610er. Vorher hatten wir bei den Torpedos. 610er. Beim 5er machen die Tops 21.000 Schaden. Beim 6er machen die Tops 17.000 Schaden. What? Warum das denn? Wieso denn das? Der Rest ist doch komplett gleich. Okay. Wir haben Geschütze mehr. Dafür haben wir jetzt schlechtere Torpedos dabei. Muss ich nicht verstehen. Sekundär ignorieren wir nach wie vor. Die Flugabwehr ist vorhanden. Geschwindigkeit ist ein bisschen höher. Erkennbar. Okay. Das erklärt es vielleicht. Die Erkennbarkeit ist ja deutlich geiler. 9,5 Grundwert. Dann könnten wir noch Tarnungsgehen. Alter. Wir kommen auf unter 9 Kilometer mit einem Kreuzer. Der 12 Kilometer Torbereich weiter hat. Wir kommen bei den neuen japanischen Zerstörern mit sehr geilen Torpedos und sehr geilen Tarnwert. Holy Shit. Ist das geil. So. Jetzt müssen wir aber noch mal ordentlich weiter gehen. Und ganz klar mit. Ordentlich ist es dauert ein bisschen. Ja? Ja. Dauert ein bisschen. Das ist schon. So. Essen wurde gebracht. Juhu. 9,5 Kilometer. Schadensbegrenzung 7. Hydroekostische Suche. Defensives Flaggfeuer. Kämpfer. Ist alles wie bei dem anderen. Aber der Tarnwert ist ja ein Traum. Unter 8 Kilometer. Das heißt, wir haben hier mit über 3 Kilometer Spielraum, die wir jetzt hier haben. 8,6. Schieß mich tot. Irgendwas kommen wir hier. Wir haben jetzt einen Spielraum von über 3 Kilometer mit den Tops zu arbeiten. Ich meine, pro Seite. Ruderstellzeit ist geil. Du bist schnell gedreht. 8 Tops im Wasser. 12 Kilometer Reichweite. Also ein paar Treffer davon. Das kann ganz schön wehtun. Goll. Das ist geil. Eigentlich viel zu, viel zu geil. Geübte Kreuzerfahrer, die wissen, wie man mit diesen Torpedos nebenbei auch umgeht. Für die ist das ein gefundenes Fressen hier, um hammergeile Runden zu haben. Klar kann da viel mal schief gehen, aber ouch. Um Mono. Stufe 7. Jetzt wird es langsam interessant. Stufe 7, Stufe 8. Da kristallisieren sich ja immer die Zweige so ein bisschen heraus. Ich muss aber sagen, hier war es ab T5 sogar schon so. 32.000 Leben. 4 mal 3. 155er haben wir jetzt hier. Vorher hatten wir auch nur 152er. Da hatten wir 4 mal 2, 4 mal 3. Das ist geil. 12 Schuss jetzt einfach in der Luft. 17,6 Reichweite. Hatte der 6er? Ne, der 6er hatte noch die 14,6. Okay. Also ab Stufe 7 wird es jetzt hier deutlich geiler. 17 Kilometer, 17,6 Kilometer Reichweite. 12 Schuss in der Luft. Deutlich schnellere Granaten. Auch nochmal 925 Meter pro Sekunde. Was haben wir noch? Nachladzeit, aber ein bisschen höher. Muss aber auch. Aber nur 3,5 Sekunden mehr. Heftig. Genauigkeit ist gleich geblieben. Torpedo 2 mal 4. Sind immer noch die 8 Tops mit 13 Kilometer jetzt. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Flugabwehr ist jetzt hier auch deutlich stärker. Jetzt haben wir auch mal Anzeitexplosion in der Salve 4. Da habt ihr mir dazu geschrieben, ich soll mich nicht bloß mal da dran orientieren, sondern auch mal die Genauigkeit angucken. Die japanischen Leichenkreuzer haben wohl auch eine extreme Reichweite. Und die Trefferwahrscheinlichkeit ist wohl cool. Ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was mich immer interessiert, ist ja schön, dieser kontinuierliche Schaden, der da ein bisschen gemacht wird. Das Einzige, was die Flugzeuge momentan vom Himmel holt, sind diese Salven, wenn der zu blöd ist, den auszuweichen. Oder wenn es nicht gegeben ist, auszuweichen. Manchmal machst du ja so einen Schwall an der Explosion, da kannst du ja nicht ausweichen. Warum man auch immer nicht hoch und runter fliegt. Das ist ja egal. Daher fällt das bei mir ein bisschen hier aus dem Raster. Vier Explosionen sind jetzt nicht so viel. Mit der Reichweite 5,8er ballert es auf jeden Fall früh los. Das ist natürlich geil. So, ja, Höchstgeschwindigkeit. Langsam ist er geworden, ist klar. Er hat ja auch deutlich mehr Gewicht jetzt drauf. Ruderstellzeit ein bisschen schlechter. Erkennbarkeit jetzt hier auch wieder schlechter. 11,9. T7, wir können nur die Tarnung skillen. Sprich, wir kommen hier auf 10, schieß mich tot irgendwas. Trotzdem geiler Wert. Und bei einer Torpedo-Reichweite von 13 Kilometer haben wir hier trotzdem einen unglaublichen Spielraum. Und ganz ehrlich, bei 4x355ern mit 17,6 Kilometer. Das Ding ist Hammer. Also für Stufe 7 ist das Ding hier der Obershit. Wenn ich das vergleiche mit einer New Orleans und so einem Käse mit ihrer Much-Reichweite. Oder wenn ich das vergleiche mit der... Ich meine, die Obers ist auch geil. Aber hätte die Obers hier so eine Reichweite, würde ich sie ein bisschen geiler finden. Holy shit. Das ist ja heftig. Boah, Sekundär-Gradatgeschwindigkeit. 1000 Meter pro Sekunde. Ja gut, aber wann ballert die mal los? Was haben wir hier noch? Also Tarnwert hier wieder deutlich schlechter. Ihr seht es von Stufe 6 auf 7. Von 5 auf 6 auf 7 macht das extreme Sprünge vom Tarnwert her. Und da haben wir dann den Kämpfer, Hütur, Defizit, Flak, Feuerschanzbegrenzung. Standardmäßig wieder. Klingt geil. Also den Siemer nehme ich mit Handkuss, so wie er gerade hier steht. Finde ich ihn ehrlich gesagt fast einen Ticken zu geil. Ich meine, die Nachladzeit ist hoch. Das Kaliber ist nicht so doll. 12 Schuss plus diese geilen Torps. Heftige Kombination. Zwar ohne Nebel. Platz natürlich, sobald es irgendwie mal gespottet oder es ist die Faust dabei, etc. Aber richtig gespielt geht das Ding, glaube ich, hier richtig ab. Jetzt kommen wir zum letzten Schiffchen heute. Die Shimanto Stufe 8. 44.500 Leben. Das ist wirklich extrem für die Stufe. Panzerung bis 25 Millimeter. AD schöne Overpants. Hier tut es jetzt langsam richtig weh. Hauptbatterie 5x3 150er. Hier haben wir sie wieder, die 150er. Bedenkt, die Berechnung ist hier anders. Ihr durchschlagt mit Trägerzünder die 32 Millimeter. Normalerweise kommt ihr auf 31 Millimeter. Hier ist es aber so, es geht drüber. Wargaming hat hier einfach die Parameter ein bisschen verschoben. Reichweite fast 19 Kilometer. Holy Shit. Wir haben jetzt echt mal einen Kreuzer, der fast an die Kudoshof rankommt. Die hat 19,2. Alter, was ist das für eine Reichweite? Granatgeschwindigkeit ist auch geil. Also wir können auf dieser Entfernung auch ballern. Heftig. Heftig, heftig. 14 Sekunden. 5x3 15 Schuss in der Luft. 14 Sekunden ist jetzt wieder ein bisschen höher gegangen. Ist klar, mehr Granaten jetzt insgesamt. Vorher war 12, jetzt 15. Torpedorohre, jetzt wird es interessant. 4x3. Okay. 4x3, also 2x6 pro Seite. 2x6, 2x3 pro Seite, 6 pro Seite. 15 Kilometer Reichweite. Sind ein bisschen langsamer. Nachladzeit ist gleich. Und Erkennbarkeit ist auch gleich. 23.700 Schaden. Alter. Übel, übel. Haben auch schon welche geschrieben, dass man bedenken muss, dass sie relativ früh aufgehen. Man hat ewig lange Zeit auszuweichen. Aber ganz ehrlich, bei der Masse an Torpedorohre eh schon unterwegs ist und dieser Reichweite mit 15 Kilometer und ich habe hier einen fucking Tarnwert von 11,1. Kann Tarnung skillen, kann das Modul einbauen, kommen ja auf knappe 9 Kilometer. Also ganz ehrlich, da rechne ich nicht mit, dass bei einem Kreuzer, der fast 5 bis 6 Kilometer Spielraum hat mit der Tarnung, dass da irgendwo mal Torps kommen. Holy shit. Übel. Richtig übel. Sekundärbewaffnung, ignorieren wir den Kornflugabwehrwert. Immer noch das mit den 4. 6,9 Kilometer auf fast 7 Kilometer rotzt die Flak aber los. Das ist geil. Explosion ist aber leider nicht so toll. Heftig. Heftige Statz. Also bei den japanischen leichten Kreuzern, viele werden jetzt wieder das Argument bringen, oh, wenn die Morphen sind, platzen die auch sofort weg. Ich meine, mag gut sein. Hier mit den 25 Millimeter, das verknust halt nichts mehr. Das ist ähnlich bei anderen Kreuzern, die auch ein bisschen Reichweite zwar haben, viel mit HE auch ballern müssen und, und, und. Wenn ich mir so die russischen Kreuzer angucke bis T8, da haben wir es ja auch ähnlich. Kaliber ist nicht so hoch. Klar, wir haben einen hohen Schusswinkel, können da über die Insel rüber ballern und Co. Das ist hier nicht mal gegeben durch die Granatgeschwindigkeit. Aber wenn die einmal aufgehen und beschossen werden, sind die meist auch ganz schnell weg. Und das müssen wir hier halt dann auch bedenken. Aber die Möglichkeit, hier nebenbei noch auf 15 Kilometer 12 Tops rauszuballern, diesen Damage, und dennoch dieser Shimakase-Schaden hier von den Torpedos. Es reicht ja schon, wenn da zwei, drei reingehen und ich habe ungefähr die Durchschnitts-Damage von so einem T8-Kreuzer overall auf allen Servern. Irre. Da habe ich mit der Hauptbatterie noch nicht einmal geschossen. Einfach irre. Da könnt ihr am Anfang 12 Tops in den Cap ballern, in der Hoffnung, vielleicht einen Zerstörer auch zu treffen. Wenn du das in der Division dann spielst mit einem anderen, vielleicht einen Nebelzerstörer sogar noch. Irgendwie hier zusammen mit einer Benson oder Fletcher, ne, Fletcher ist hier der T9, aber irgendwas, was halt nebeln kann, die ordentlich Nebel setzen kann und du stellst dich damit rein aus, Alter, Hammer. Dennoch dabei die Hydro. Oder defensives Flakfeuer. Aber hier wäre die Hydro natürlich das Bessere. Heftig. Also richtig heftig. Die Schwindigkeit wieder ein bisschen höher. Wenn ich das gerade ist, Rüderstetzeit ist auch ein bisschen langsamer. Das ist immer der geschuldet, den Türmen, weil das einfach immer fetter wird. Und die Panzerungsplatten waren ja jetzt auch anders. Also meine Freunde, ich glaube auf die leichten japanischen Kreuzer, für alle, die sowas mögen zu spielen, die können sich richtig freuen. Also wenn die nur annähern zu bleiben, ist natürlich noch Work in Progress, ne. Wenn die nur annähern zu bleiben, wie sie sie jetzt hier angekündigt haben auf dem Dev-Blog. Holy Shit. Also ich freue mich auf die Argano, ich freue mich auf die Grokase, ich freue mich auf die Omono und auch auf die Shimanto und die Takahashi wird sowieso geil. Und die Yodo ist natürlich der Handkuss. Holy Shit. Ich bin ja mal gespannt, was Work Gaming hier draus macht. Wie die nachher wirklich kommen. Ob sie hier, also ich vermute mal bei den Torpedowelfern werden sie nochmal Hand anlegen, dass sie da überall zwei Kilometer runternehmen. Weil so wie sie jetzt gerade sind, das ist für geübte Spieler, die mit dem Tarnungssystem sich auskennen, die die Karte lesen können, vielleicht in der Divi sogar agieren, wissen, vorhin ist kein Zerstörer, sind die Dinger perfekt, um einfach über die Torpedos passiv Damage zu machen und wirklich den auf hoher Reichweite Hauptbatterie gib ihm. Die sind ja sogar noch recht agil, da kannst du sogar noch ein bisschen hin und her kreuzen. Verrückt. Absolut verrückt. Kleiner, schneller, leichter Kreuzer, neun Generation mit starker Torpedobewaffnung, moderaten Schutz entwickelt, um Zerstörer und U-Boot Flott hinzuführen. Aha, was machen wir? Schlachtschiffe abfacken. Gokase. Agano-Klasse mit verbesserte Artillerie, stärker Antriebssystem und erhöhter Geschwindigkeit. Omono. 1255er. Luftabwehrsysteme des Schiffs werden durch die Verwendung effektiver. 100 Millimeter Mehrzweckhalterungen verstärkt. Hä? Ist die deutsche Übersetzung hier über die Seite. Bin ich nicht wundern. Shimanto. Was haben wir hier noch stehen? Doppelten Verwendungszweck basiert. Geringe Schaden ihrer AP-Granaten. Scheiß auf AP. Schießt ihr doch eh HE-Bus mit den Dingern. Lange Nachladung, Schwindigkeit, große Anzahl von Hopper-Drehgeschützen, auswieglichen. Gutes Stepos zusammengefasst, Eisner-Mampadai. Damit bei. Meine Freunde, das war T5 bis T8. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Geil. Also war lange nicht mehr so Hype bei normalen Forschungsschiffen. Dies macht einen extrem geilen Eindruck. Und ich bin mal gespannt, wie sie die Teile nachher balancen wollen. Overall in den Stadts wird es eh wieder so sein, dass die irgendwo so in der Mitte rumwurschteln oder sogar drunter. Weil die Dinger werden nicht leicht zu spielen sein. Weil wenn du hier mit mal aufgehst, bist du halt auch sofort tot. Aber für alle geübten Spieler sind das wieder Werkzeuge, die unglaubliches Potenzial haben und wirklich dann extreme Runden ermöglichen. Das ist immer für World Gaming glaube ich auch schwer zu balancen. Sie können halt bloß die Stadts komplett auslesen. Sehen denn, oh ja, so Durchschnittsdamage hier nochmal 30.000, 40.000. Das ist ja, scheinen wohl nicht so gut zu performen. Aber in den richtigen Händen werden die Dinger glaube ich hier extrem. Mal gucken. Ist noch Work in Progress, kann sich nochmal ändern. Ich glaube sehr, die Torpedos werden nochmal einen Nerf bekommen. Hauptbatterie sieht so in Ordnung aus. Die Torpedos mit dem Tarnwert zusammen geht gar nicht. Viel zu heftig. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder im nächsten Video hier bei Tim Krador. Was haltet ihr von T8 bis, äh T8 sei schon, Stufe 5 bis T8 von den neuen japanischen leichten Kreuzern.